Harry hier. Also Leute, ich muss euch was erzählen. Die Kanzlerin, die ist ja süß, gell. Die hat uns ja echt irgendwie richtig lieb. Sie erzählt uns hier also so an die kindlichen Sprachen, so als wären wir alle so kleine Kinder im Kindergarten. Ja, ihr müsst alle aufpassen, bitte bleibt zu Hause. Aber ich sag ja, das hat ihr so süß gesagt. Ich kann euch nur eins sagen, ihr habt etwas Wichtiges vergessen. Ihr habt vergessen, dass ihr gurgeln sollt. Ja, liebe Kinder. Gurgelt jetzt sofort. Gurgelt direkt vor Ort. Denn Gurgeln macht euch gesund. Gurgelt den ganzen Mund. Gurgelt jetzt sofort. Gurgelt direkt vor Ort. Denn Gurgeln macht euch gesund. Gurgelt den ganzen Mund. Ist ja süß, gell. Die Kanzlerin. Die Angel. Wie süß. Nicht gurgeln, sondern gurgeln. Wir müssen alle viel mehr gurgeln. Denn Gurgeln ist ein Scheet. Komm, gurgelt alle mit. Komm, gurgeln jetzt den Scheet. Sagst doch bitte weiter. Denn es hilft auch gegen Eiter. Influenza und Covid. Komm, gurgelt jetzt den Scheet. Bitt gurgeln jetzt den Scheet. Bitt gurgeln alle mit. Bitt gurgeln jetzt den Scheet. Bitte gurgelt alle im Lied Das ist geil, ja Mann, geil Ich fühl mich so gereinigt Ja, so gereinigt Ja, liebe Kinder Gurgelt jetzt sofort Gurgelt direkt vor Ort Denn Gurgeln macht euch gesund Gurgelt den ganzen Mund Gurgelt direkt vor Ort Denn Gurgeln macht euch gesund Gurgelt den ganzen Mund